hallo und willkommen auf meinem kanal und zu einem neuen video ja vom wochenende wir haben samstagmorgen ich muss gleich noch arbeiten und ja ich wollte euch mal zeigen was ich hier so getrieben habe also ich habe tagsüber hier am 34 auf shrimp geangelt da kam auch gut sardinen warum und dann habe ich gedacht abends oder nachts angelst du noch mal mit flying kolar rick und meist bevorzuge ich oben links den schwarzen oder aber auch den creme weißen auf jeden fall wir gucken mal ein setup rein ich hatte jetzt einfach 136 kilo genommen also ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht aber egal tut dem kein abbruch also ist nicht das problem dann hat ich angefangen mit dem 60 da ist die frequenz immer sehr wenig muss man sagen habe ich jetzt schon das öfter probiert bringt mir nicht so viel dann habe ich den 40 dran gemacht und halt den schwarzen flying warm und denen behandle ich sehr gerne genau so stand ich hier auch nachts über der 34 und das scheint nachts zumindest die shell fische zu triggern also hier hatte ich angefangen mit dem flying kola habe jetzt eben noch mal hier auf mal anders probiert stern rochen kam schöne an mutter und dann kam eben dann ja der blaue schäfisch sehr schön hätte ich jetzt mit allen gerechnet beim flying kola weg aber nicht dass ich jetzt unbedingt blauen schäfisch fange also vielleicht für die leute interessant die den unbedingt als trophäe brauchen oder vielleicht auch als blau wollen warum nicht ist ja alles möglich wenn er schon einmal reingeklatscht hat wieso sollte das nicht noch mal passieren so aber so über tag also die scheinen nur nachts zu laufen also man kann das schön verbinden einfach tagsüber mit den shrimp gedöns zeige ich euch jetzt gleich auch noch mal das setup hat ich eine stunde geangelt war auch gut bei herum gekommen leider keine atlantischen heringe aber viel europäische sardinen auf jeden fall zumindestens kann ich euch mal zeigen das setup das haben wir schon hier ich hatte den weißen locker drauf gehen ab und an auch stein kühler an so und dann diese woche ist der gelbe mal dran oder steht zumindest in den rekorden ich habe es zweimal gelb drin und einmal trotzdem den grünen von letzter woche der performt immer noch gut hier einmal komplett in gelb kompletten grün mit dem grünen natürlich gelb mit roten perlen haben auch wieder was dran so stellen wir hier um gucken uns den cash noch an ja so würde ich jetzt hier weitermachen tagsüber mit dem shrimp und nachts flying cola wie gesagt mit dem schwarzen angst gerne oder mit den creme weißen ich war eigentlich auf taschenkrebs aus oder schollen oder butz lustigerweise da kommt schon wieder ein schelfisch ja scheint die auf jeden fall gut zu twigern also der schwarze oder hier der altweiße das bisschen dunkler wie der der geht auch gut der auch der ist normal auch immer sehr gut für schelfisch gewesen aber der schwarze scheint ja zu funktionieren zumindest hat er mir blau nummer zehn gebracht bin ich sehr glücklich drüber jetzt habe ich wieder vergessen den reinzusetzen ich idiot jedes mal vergesse ich das weil dann gibt es eben ein archiv wenn man einen blauen freilässt gibt es ein archiv man wieder vergessen sei es drum den will ich lieber verkaufen weil kommt ja das rot pot liebe leute wer weiß was es kostet ich habe jetzt 13 halb tausend nur wir warten mal lieber ab nachher habe ich dafür kein geld da muss ich sehr sehr viel weinen weil das rot pot hätte ich schon sehr gerne ja können ja mal probieren wie gesagt wer den schelfisch auch noch abpacken will oder sogar noch besser als blau probiert es mal aus nachts scheint es super zu funktionieren mit dem schwarzen ja in diesem sinne ich muss wirken gehen petri dank fürs einschalten wir sehen uns wieder ich denke mal anfang der woche macht's gut und tschüss beziehungsweise nix und tschüss müssen wir noch zum fischmarkt verdammte scheiße ich habe beinahe für der vergessen für die leute die es interessiert wir gucken mal was er wert ist 500 silber so wir waren jetzt eine stunde 11 minuten selbst wenn wir den raus machen haben wir in einer stunde und 11 minuten immer noch satte 767 silber und selbst der stern rochen schöne 100 silber kann man nicht meckern ja so ist es habe ich doch fast wieder ganz vergessen so und jetzt bin ich weg macht's gut und tschüss